Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Metro Last Light. Das letzte Mal haben wir schwere Soldaten gemacht. Jetzt... Wie nennt man das? Ich weiß nicht. Irgendwas mit B. Keine Ahnung. Wir kümmern uns auf jeden Fall jetzt um... Chattria. Chattria. Ich kann das so nicht aussprechen. Diesmal lese ich auch den Text. Wir sind in der großen Bibliothek. Ah, beim anderen waren wir das Reich. Das hat auch Sinn gemacht. Jetzt sind wir wieder Polis. Seiner großen Bibliothek. Und müssen an die Oberfläche und möglichst viele Artefakte der alten Welt einsammeln. Okay, dann machen wir das doch. So. Das ist es. Ich habe endlich gewusst, dass ich ein von Polis Chattria sein werde. Ich bin ein von der Mission zu erzeugen, die Artefakte, die essentiell für unsere Efforte sind. Ich habe das mit der alten Welt besorgt. Ich habe das Team angepasst, die die Forschung zu erzeugen, in der Rettung der großen Bibliothek. Dies ist einer der most dangerousen, und simultanisch einer der most promisingen Sektoren der Moskau. Ja, klingt doch schon mal vielversprechend. Bestimmt viel besser als das andere davor. Ja, schön, wenn ich Dinge versuche zu kaufen und ich gar kein Geld habe zum Kaufen. Ich weiß, der hat eigentlich mit mir sich unterhalten, aber ich möchte mich gerne hier oben sehen. Oh, die spielen Dame. Ach ja, ist das schön hier. So ruhig. Und alles. Wunderschön, wenn man nicht kämpfen muss. Du hast da was auf deiner Schulter. Du hast doch trotzdem was auf deiner Schulter. Aber hab ich jetzt geholt? Das hab ich. Ah, nein, ich wollte nicht. Verlassen, ich will hier weg. Filter, Filter. Ach, es kostet mich auch alles. Ich hab kein Geld. Woher soll ich denn Geld haben? Hallo, Schaman. Hallo, Schaman. Ich werde überprüfen, was du von der Erde bringst, und bedenst du eine gute Kompensation. Du könntest trotzdem behaupten, dass du irgendwelche Legendary Artefacts suchst, wie die Proverbialen Map von Secret Metro, aber ich denke, ich werde dich entschuldigen. Hier ist die Liste der Dinge, die du solltest du aufhören. Ah, okay. Und wenn ich die Sachen hole, dann tauscht du mir gegen Geld an und dann kann ich auch Dinge kaufen. Ich hoffe, ich habe wenigstens was in der Grundausrüstung, damit ich auch überlebe. Ähm, wo muss ich denn hin? Jetzt ernsthaft, wo soll ich denn hin? Soll ich da hin? Ich weiß es nicht. Oh, tatsächlich, die geht da auf die Tür. Ich habe eine Pistole. Boah, die können mir nichts. Ach, ich habe auch was anderes. Schön. Da habe ich nur eine Kugel da drin. Mache an der Station eine Rast, um deinen Fortschritt zu speichern. Vergiss nicht, Filtermagazin und MediPacks zu kaufen. Du kannst nur fünf Artefakte gleichzeitig tragen. Kauf den Schutzanzug, um sicher durch verschmutzte Gebiete zu kommen. Es findet sich immer eine Abkürzung zur Basis. Der Preis der Filter erhöht sich bei jedem Kauf. Kaufe nicht zu viel auf einmal. Probier die neue Brandmunition für Schroffflinten aus. Ist deine Maske kaputt gegangen? Du kannst sie jederzeit an der Basis austauschen. Gefundene Objekte werden in deinem Journal angezeigt. Los, los, los! Der Bildschirm hat gesagt, los, los, los. Ich höre den Leitern nicht wirklich zu, aber wir werden das auch so schon hinbekommen. Das klingt nach etwas, was einen länger beschäftigen könnte. Aber gut, in erster Linie möchte ich ja die Sachen kennenlernen und euch zeigen, was sich dahinter verbirgt. Und, ähm, so, ne? Und so. Und so. Und so, und so, und so, und so, und so. Bin mal gespannt. Also man kann nur fünf Artefakte gleichzeitig tragen. Was hab ich, was hab ich gefunden? Was hab ich gefunden? Journal! Journal! Tab! Oh mein Gott! Wie macht man das auf? Ich weiß es nicht mehr. Wie macht man das denn nochmal auf? Da! Tagebuch! Das ist was anderes. Das ist mein anderes Tagebuch. Das ist mein anderes Tagebuch. Oder war... Oder wollte es... Journal! Nein. 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 Da! Ah, ich hab ein gefundenes Objekt. Ein Spielzeug hab ich gefunden. Ah, ein Spielzeug hab ich also gefunden. Dies auch was Tolles. Mach das wieder weg, okay? Und kurz dein Feuerzeug, damit wir hier auch was sehen. Oder... Ach, ich hab auch Licht. Okay. Ich hab Licht. Gut, dann brauch ich kein Feuerzeug. Okay. Eine Sache hab ich schon mal gefunden. Ein Artefakt. Das ist ja schon mal ganz gut. Und das ist leider zu. Boah, ich dachte, ich hör grad Schritte. Okay, hier kann man weiter. Ich glaub, den Weg werde ich jetzt erstmal noch nicht lang gehen. Von da kam ich ja genau. Ich guck mich jetzt erstmal hier um, denke ich. Ey, das hört sich voll super toll an. Ich kam eben wegen der Ratte nicht weiter. Ich hab Geld gefunden. Yay, Geld. Was? Ich hab mich nicht erschreckt. Ach, da. Oh Gott, du greifst mich wirklich an. Ich hab gehofft, du greifst dich nicht an. Wow. Lol. Ich hab ihn... Och, warum hab ich denn die Maske aufgesetzt? Warum hab ich eine Maske auf? Warum liegt hier kein Stroh? Ähm... Hab ich den ausgeweitet, um aus ihm Geld zu bekommen? Boah, ich hab mich voll erschreckt. Oh Mann. Mach das nicht nochmal mit mir. Okay. Gut. Hab ich mich schon mal umgesehen. den Shuttle, den man die Teile nicht anmachen kann. Also ich kann sie zumindest nicht anmachen. Und da ist es zu, ne? Ja, da ist es zu. Da geht's auch irgendwie nach oben oder so. Wie es mir scheint. Die Pumpen hören sich auch super toll an. Als wären es irgendwelche Monster. Oh, ich dachte schon, ich käme jetzt hier auch nicht weiter. Ach so, diese kleinen, süßen, tollen Spinnen. Von denen ich ja so begeistert bin. Man hört es mir auch an. Also das gefällt mir bis jetzt besser als das davor. Das davor ist einfach nicht so meins. Das ist auch abgeschlossen. Kann man bestimmt Stück für Stück öffnen, nehme ich mal an. Es fehlt nur noch, dass man wirklich jedem Monster ins Gesicht guckt. Monster, äh, ich meine einen mutierten. Aber jetzt wird das Radio angemacht. Das ist auch zu. Ah, nein, du sollst nicht da unten. Das hörte sich komisch an, als wäre direkt nebenan Monster, das herumläuft. Okay. Ich bin auf jeden Fall an der Oberfläche. Ich merke es daran, dass der Filter nämlich abläuft. Oh, ich habe Schiss. Oh, ich höre wieder was. Da läuft einfach irgendein Viech in der Wand herum. Okay, ich sammle aber immer schon mal mehr Geld. Oh, oh, oh mein Gott. Ich habe es geschafft, eine Falle zu entschärfen. Ich bin nicht in eine Falle reingerannt. Ich habe die gar nicht gesehen, überhaupt nicht. Es war purer Zufall. Aber ich habe es geschafft, nicht in sie reinzurennen. Oh mein Gott, das... Was passiert da... durch? Ich habe das Gefühl, nichts Gutes. Hallo? Wie viel habe ich denn jetzt? Nein, andere Seite. Buch, Tastatur, kaputter Monitor und Spielzeug. Das ist draußen, oder? Die rennen draußen lang, ja. Ich hoffe es. Okay, ich denke mal... Ich werde jetzt kurz zurückgehen... Um einfach die Sachen runterzubringen. Huch! Das war ich nicht. Der Depp hat die Leiter nicht genommen. Ja, jetzt nimmst du sie. Jetzt brauchst du sie nicht. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Irgendwann erholen wir uns schon von alleine. Uns wird auch schon niemand angreifen. Lasst mich rein! Huch! Boah, habt ihr mich erschreckt? Ah, habt ihr mich erschreckt? Ah, habt ihr mich erschreckt? Lasst das, lasst das! Oh mein Gott, das könnt ihr doch nicht machen. Ich bin halbtot und was macht ihr? Macht das wieder zu. Boah, ey. Kleinen Idioten. Hm, fies und gemein sind die. Äh, äh, mir geht's so schlecht. Ja, bitteschön. Ja, die sind davon bestimmt. Wow, 127, das ist gut. Du könntest, äh, das ist sicher, dass du deine Chancen für eine Prolonged Survival zu verbessern kannst. Ähm, dann werde ich da auch mal direkt was holen. Warte mal, was hab ich denn? Oh, ich hab sogar vier Medipacks. Oh mein Gott, Tatsache. Hatte ich vorher Geld und hab die einfach nur alle komplett für Medipacks verwendet? Kann das sein? Oh Gott, ich würd's mir zutrauen. Ähm, was möchte ich denn gerne? Ähm, ich weiß nicht, ob ich sowas wie Messer... Messer hab ich ja immer bei Menschen verwendet. Die sind nicht so effektiv bei Monstern, oder? Und ich weiß auch nicht, wie es ist mit diesen Bomben. Bomben sind eigentlich ganz gut. Vor allem, wenn's viele sind. Ich würd auf jeden Fall lieber Filter nehmen. Oh, 225? Und das bringt gar nichts. Aber das kann ich kaufen für 225. Okay. Gut. Ähm, das andere ist noch Munition, was ich kaufen kann, bestimmt hier, oder? Ich guck mal gerade. Ja, das andere ist noch Munition. Ähm... Ja, die benutze ich jetzt eigentlich nicht sonderlich. Die würd ich halt nehmen. Weil davon hab ich nicht sonderlich viel. Okay. Und wo kann man speichern? Speichern ist normalerweise automatisch. Okay. Grisha, der Typ vor dir hat einen großen Crossbow. Und Peter, der Typ hat Night Vision Gaggles. Also, wer findet diese Dinge, wird sie behalten. Gut. Tschüss.